Hi und willkommen zurück bei Leonix und heute ist wieder eine neue Squash-Folge dran und mein Arbeitskollege, also hier Krokoroko, gegen den ich auch heute spielen werde, pennt heute auch bei mir ganz einfach, weil es für ihn dann einfacher ist, morgen zur Arbeit zu kommen, wir haben ja den gleichen Arbeitsweg nehmen dann einfach mit dem Auto mit und das Ganze hat für ihn auch noch den Vorteil, keine Stunde länger pennen, also von daher naja, aber heute gehen wir erstmal eine Runde Squash spielen, alle da auch ohne Max und nächste Woche dann leider nicht, Markus ist nämlich immer noch nicht wieder da und er ist dann auch im Urlaub und allein spielen mag ich nicht so gern, also von daher, nächste Woche kein Squash-Video, aber naja irgendwie denken wir heute Abend, werden wir dann nach dem Spiel auch noch ein bisschen was machen ich habe nämlich noch ein paar Probleme mit dem Computer entdeckt und er kann das so ein bisschen besser als ich von daher gucken wir mal zusammen, was da ist, wir haben auch vorhin auf der Playstation 2 noch ein bisschen Need for Speed Most Wanted gespielt, ganz altes Spiel von 2005 noch und naja, also erstmal jetzt hier das Squash-Spiel und dann was wir nachher vielleicht noch machen, also bis gleich Ok, Alarm Ok, der war auch ein bisschen heftig Gärts ne? Ok, der war auch ein bisschen heftig Wer von der Baden Exakt 1, 2, 1 Okay, 2, 1, 2 Das war sehr gut Okay, 3, 1 3, 2, 1 Kommt gut? Kommt gut drauf, oder? So Okay, gut Wiederholung Noch 3, 2, für dich 4-2 Ah, schade, da war ich schon Waddel. Ja, aber das ist gut geklappt. Die eher oder nichts geklappt. Ja, gut hier. Ich konnte den letzten Tag noch spielen, der kam schon so tief. 1 1 wau mal geht's Oh, das stimmt. 10 Minuten. 1,5 Minuten. 1,5 Minuten. Harte, komm! Ja, komm! Ja, komm! 1,5 Minuten. 1,5 Minuten. Oh, bei der Verlängerung bis 13. Ja! Du bist immer noch ein ganzes Schmutz. Ja! Du bist immer noch ein bisschen. Pfff! Du bist immer noch ein bisschen. Du bist. Du bist immer noch ein bisschen? Ok! Ah! Ah! Oh nein! Oh nein! Oh nein! 13, 13! 15! Oh nein! nicht, nicht! Ja, da war schon mal, aber auch schon! Das ist in den Arten! Den ist ja noch mal wieder schon! Ich bin hier schon mal... Ich weiß nicht, wo es einfach ist, wo es einfach ist, wenn wir an der Anzeigener sind. Ich kriege! Aus! 14, 16, 1, geht los! Nein! Endlich! Ich bin krass! So war's echt gut! Ja danke! Ich hab jetzt mal was und in der Rüge gespielt, ich glaube gegen Präck bumped das nicht mehr lecker! Man mag ich nicht, weil gegen Präck kann ich nun auch noch nicht so lange gespielt. Aber längst das Spiel ist da weg! So Leute! Wir sind jetzt wieder zurück vom Squash. Ich habe jetzt auch ein frisches T-Shirt angezogen, weil es war dementsprechend warm im Auto. Ich habe schon mal die Couch ausgeklappt. Ich muss jetzt noch das Bettzeug hier aus dem Bettkasten rausnehmen. Ich muss das nachher noch beziehen. Mein Arbeitskollege ist jetzt gerade noch im Bad. Der duscht jetzt gerade. Dann werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen zocken. Deswegen mache ich das Video auch hier zu Ende. Es wird allerdings erst morgen rauskommen, weil wir wollen heute noch, wie sagt man, so einen gemütlichen Herrenabend machen. Wir zocken ein bisschen, gucken ein bisschen Videos auf YouTube am PC. Vielleicht schmeißen wir auch die PS4 an oder so. Und ja, dementsprechend war das dann noch ein etwas ruhigerer Abend. Und dann dementsprechend kommt das Video dann erst morgen, wahrscheinlich auch morgen Abend. Also sprich am Freitag oder vielleicht sogar auch erst in der Nacht von Freitag auf Samstag. Je nachdem, was ich morgen noch alles machen muss. Ich muss meinem Opa ja morgen noch helfen. Und ja, das war es dann auch soweit. Es war ein relativ langes Spiel diesmal. Ich glaube, es war fast zehn Minuten. Es war echt lang. Aber es ging auch die ganze Zeit hin und her, hin und her. Naja, ist manchmal so. Naja, ansonsten sage ich dann auch hier mal der Cut. Und ja, das nächste Video müsste am Sonntag kommen. Ist nämlich der Geburtstag vom Chico. Ist dann, er wird 15 und wir grillen. Naja, dementsprechend sage ich auch mal hier, das war es. Und ja, schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Stehen alle unten in der Videobeschreibung. Chico hat übrigens vor kurzem seinen zweiten Track rausgehauen. Ich glaube, es war am 30. Sprich am Mittwoch war das schon. Und ja, dementsprechend sage ich dann auch jetzt erstmal hier der Cut. Also, ja, bis Sonntag. Ja, bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was.